Eine vollständig renovierte 4-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Nürnberg. Die Wohnung wurde 1937 erbaut und wird über eine Etagenheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Keller. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 85 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 780 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Die Wohnfläche der Etagenwohnung ist hier. Bis zum nächsten Mal.